Bei einem gut besuchten Seminar mit internationalen Diplomaten in Washington D.C. stellte Helga Zeppler-Rouge am Mittwoch die zwei existenziellen Krisen der Menschheit in den Mittelpunkt der Diskussion. Den Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems und die Gefahr eines Dritten Weltkrieges. In ihrer Rede beschrieb sie den Verlauf dieses Prozesses, angefangen im Juli 2007. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Ehemann Lyndon LaRouge gerade in einem internationalen Internetforum vor dem Ausbruch der Krise gewarnt, die kurze Zeit später losbrechen sollte. Was sich dann als rein amerikanische Krise im zweitklassigen Hypothekenmarkt zu entwickeln schien, wurde binnen weniger Wochen zur internationalen Finanzkrise und kurze Zeit später zu der Systemkrise, die bis heute die Welt in Atem hält. Das Hauptproblem sei laut Zeppler-Rouge gewesen, dass man weder die von uns vorgeschlagenen Lösungen durchgesetzt, noch irgendeine andere ernstzunehmende Form der Reregulierung der Finanzmärkte in Angriff genommen habe. Deswegen stünden wir heute vor einem bankrotten Scherbenhaufen, in dem man zudem noch Rettungspakete im geschätzten Rahmen von 30 bis 40.000 Milliarden Dollar investiert habe. In den Medien hingegen schwadronieren jetzt die sogenannten Experten, von denen kein einziger die Krise hat kommen sehen, von einer Staatsschuldenkrise. Länder wie Griechenland und Italien werden als Schuldensünder gebranntmarkt, die durch die harte Hand der Austerität bestraft und gemaßregelt werden müssten. Beobachter mit klarem Kopf wissen allerdings, dass das absoluter Unsinn ist. Diese Grafik verdeutlicht, dass die Schulden nicht nur Griechenlands, sondern aller Eurozonenländer erst seit Ausbruch der Krise Mitte 2007 in die Höhe geschossen sind. Die beiden Hauptgründe waren zum einen die wirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise, insbesondere die massiv gesunkenen Steuereinnahmen und zum anderen die zusätzliche Belastung des Fiskus durch die Rettungspakete für die Banken. Dass es industrieschwache Länder wie Griechenland dann um einiges härter trifft, sollte offensichtlich sein. Denn gerade in diesen als Pigs verschrieenen Ländern wurden seit Einführung des Euro verschiedenste Finanzblasen durch billiges Geld von der Europäischen Zentralbank aufgebläht. Und dieser Prozess passierte nicht etwa unabsichtlich. Der Euro war von Anfang an eine Fehlkonstruktion, der zusammen mit der etwa zeitgleich erfolgten Abschaffung des Trennbankensystems in Amerika genau dahin geführt hat, wo er führen sollte. Zu einer nahezu vollständigen Diktatur der Märkte. Wie anders sind denn die gebetsmühlenartig wiederholten Floskeln führender europäischer Politiker zu verstehen? Man müsse den Euro aufgrund nervöser Märkte um jeden Preis retten. Um den Spieß umzudrehen und die drohende Katastrophe abzuwenden, brauchen wir die Wiedereinführung des Trennbankensystems und der nationalen Währungen. Ersteres forderte soeben François Hollande, der sozialistische Gegenkandidat Sarkozy, bei der anstehenden französischen Präsidentschaftswahl. Ins gleiche Horn stieß auch der irische Präsident Michael Higgins bei einer Rede in Dublin. Er erklärte, dass man in der jüngsten Vergangenheit einen hohen Preis für die unbegrenzte Akkumulation der Spekulation hat zahlen müssen. Nachdem die Regulierungen des Glass-Steagall-Gesetzes aufgeweicht und abgeschafft worden waren, hätte eine Flut virtueller Finanzprodukte die ganze Welt überschwemmt. Viele Länder, auch Irland, hätten dem noch ihre eigenen Spekulationsblasen hinzugefügt. Diese Aussagen sind umso interessanter, da in Irland eine Volksabstimmung über den Euroausstieg ansteht. Zum Schluss sagte Higgins außerdem, das beste Produkt, das Irland der Zivilisation geben könne, sei eine Kultur neuer Ideen, angesichts des Versagens technokratischer Methoden und der daraus folgenden wirtschaftlichen Desintegration. Wozu jene technokratischen Methoden führen können, zeigt der gährende Schuldenstreit mit Griechenland. In einem Interview mit Spiegel Online sagte der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder doch tatsächlich, der Druck auf Griechenland muss größer werden. Ihnen muss klargemacht werden, Geld gibt es nur, wenn das Land straff geführt wird. Notfalls bis hin zu einem Staatskommissar, der von der EU oder den Euro-Staaten eingesetzt wird. Und einige Zeilen später fragte Spiegel Online im Klartext, wenn die Griechen nicht liefern, kommt der starke Mann aus Brüssel? Kauder, wir können nicht immer nur Geld geben, ohne dass sich etwas ändert. Vielleicht sollte jemand Herrn Kauder mal zwei Dinge erklären. Erstens, dass solche Aussagen in Griechenland sehr ungute historische Erinnerungen hervorbringen. Und zweitens, dass Griechenland von dem Geld überhaupt nichts zu sehen bekommt. Denn die jetzt schon von einem Goldman Sachs-Banker geführte Regierung nimmt das Geld zwar in Empfang, reicht es dann aber sofort an die ausländischen Gläubiger weiter, um die Schulden zu tilgen. Mit seinen Aussagen steht Herr Kauder leider nicht allein da. Der britische Premierminister David Cameron brachte es in Davos sogar noch dreister auf den Punkt. Cameron sagte, wir hatten die am meisten gehebelten Banken, die verschuldetsten Haushalte und den größten Immobilienboom. Vorsichtig zu sein, wäre katastrophal gewesen. Deswegen haben wir mutig und entschieden zugelangt. Sozialausgaben gekürzt, Regierungsausgaben gekürzt, Löhne im öffentlichen Dienst eingefroren, Rentenalter angehoben. Wir mögen zwar fiskalkonservativ sein, aber monetär gesehen sind wir Radikale. Wir pumpen Geld ins Bankensystem und haben Maßnahmen zur Lockerung der Kreditvergabe durchgesetzt. Der britische Zentralbankchef Mervyn King hatte am Dienstag genau diese Politik bestätigt, indem er signalisierte, die derzeit extrem niedrigen Zinsraten noch einige Jahre beizubehalten. Derzeit steht der Leitzins seines Hauses bei 0,5 Prozent, wobei man angesichts der hohen Inflationsrate noch Geld geschenkt bekommt. Die EZB wird ihrerseits im Februar einen neuen Drei-Jahres-Kredit ausgeben, ähnlich dem vom Dezember letzten Jahres, bei dem bereits 500 Milliarden Euro an Banken vergeben wurden. EZB-Chef Mario Draghi behauptete am Freitag beim World Economic Forum in Davos, dass nur mit der Hilfe dieser Geldschwemme eine größere Kreditklemme verhindert worden sei. Das wisse die EZB mit Sicherheit. Dass die Gelder auch in der Realwirtschaft angekommen sind, bezweifelt indessen Draghi selbst. Wir haben noch keine Beweise dafür, wir müssen warten. Es gibt da eine Verzögerung. In Bezug auf die im Februar anstehende Kreditvergabe sprach ein Analyst von Credit Suisse von einem Liquiditätsbedarf von bis zu 10 Billionen Euro. Bei all dem Wahnsinn wundert es nicht, dass der Widerstand gegen diese Politik immer weiter wächst. In Griechenland wurde ein Hotel, in dem sich Vertreter der EZB-EU-IWF-Troika befanden, von 500 wütenden Demonstranten umrundet, sodass die Polizei gerufen werden musste, damit die feinen Herren das Gebäude wieder verlassen konnten. Die gewerkschaftlich organisierte Menschenmenge protestierte mit Fahnen und Bannern wie Troika geht nach Hause gegen das Kürzungsdiktat der Technokraten. Kommen wir zur zweiten existenziellen Krise, der Kriegsgefahr. Hier ist das Tauziehen zwischen den verschiedenen Fraktionen in vollem Gang, wobei sich Stimmen gegen eine Eskalation mehren. Der schwedische Außenminister Karl Bildt betonte in Bezug auf die EU-Sanktionen gegen den Iran am Montag in Brüssel, niemand habe ein Interesse an einem Krieg, das wichtigste Mittel sei die Diplomatie. Auf der anderen Seite des Atlantiks bekräftigte der amerikanische Generalstabschef Dempsey in einem Interview mit National Review erneut, es sei voreilig, sich für ein militärisches Vorgehen gegen den Iran zu entscheiden. Man müsse den wirtschaftlichen und diplomatischen Ansatz weiterverfolgen. Ein Konflikt mit dem Iran wäre wirklich destabilisierend. Das sage ich nicht nur aus der Sicherheitsperspektive, es wäre auch wirtschaftlich destabilisierend, sagte Dempsey. Inmitten der Kollaps- und Zusammenbruchsdynamik kommt aus Russland eine überraschende strategische Flanke. Der ehemalige Außenminister Igor Ivanov schrieb am 20. Januar in der Regierungszeitung Razziskaya Gazeta einen an die USA gerichteten Artikel. Nachdem er sich dort über das Auftreten des neuen amerikanischen Botschafters in Moskau, Michael McFall, beschwert, schlägt er im Gegenzug vor, dass beide Länder eine stabile und positive Basis für ihre bilateralen Beziehungen finden sollten. Eine solche sei unter anderem bei gemeinsamen Projekten in der Arktis zu finden, denn beide Länder hätten dort wesentliche Interessen. Das ist genau die richtige Denkart. Anstatt im Medienlabyrinth von Eurokrise und Nahostspannungen verloren zu gehen, muss ein Befreiungsschlag her, der aus der wahren Entdeckernatur des Menschen resultiert und nicht aus der Begrenztheit imperialen Denkens. Die Entwicklung der Arktis steht beispielhaft für die Erschließung größtenteils unerforschten und bisher unbewohnbaren Territoriums. Nur der Mensch hat die ureigene Fähigkeit, die von Natur aus vorgegebenen Grenzen seines Daseins durch Entdeckung neuer Prinzipien und Anwendung qualitativ höherwertiger Technologien bewusst zu durchbrechen. Der Mensch gestaltet in diesem Sinne die Raumzeit neu, indem er zum Beispiel dieselben Strecken in einem Bruchteil der Zeit zurücklegen kann, die noch eine Generation zuvor brauchte oder indem er die gegebene Entfernung zum ersten Mal überhaupt überwinden kann, wie im Fall einer Reise zum Mars. Dieses Potenzial ist so unerschöpflich wie die Kreativität des Universums selbst. Mit einer solchen Geisteshaltung wird es ein leichtes sein, das oligarchische System den Orkus hinabzuschicken. Wir haben hier in den letzten Tagen mehrere Videos zur weiteren Veranschaulichung dieser politischen Perspektive zur Verfügung gestellt. Manches muss man sich vielleicht mehr als einmal ansehen, aber die Welt sieht vor einem erweiterten Horizont eben ganz anders aus. Nehmen Sie sich also ausreichend Zeit und studieren Sie dieses Material.